ich bin aufgewachsen in europa wo eigentlich immer alles gut war es ist einfach schön für mich als musiker dass ich damit eben so viele verschiedene menschen aus den verschiedensten ländern erreichen kann ich bin ja auch die dänische schule gegangen bin sozusagen also mit deutsch aufgewachsen aber auch mit dänisch und das macht was mit einem also das stärkt gleich diese offenheit eben auch für andere kulturen für andere sprachen für andere länder und ich finde es ist in der heutigen zeit wichtiger denn je auf einer gitarre sind sechs seiten wenn mir da während eines konzerts eine seite reist ist das doof weil dann kann ich diese gitarre nicht mehr bespielen und wenn man sich europa die eu anschaut wenn da jetzt einige länder sagen wir sind nicht mehr dabei dann funktioniert das nicht mehr so wie es jetzt gerade funktionieren und ich glaube es funktioniert einfach eben genauso sehr sehr gut und deshalb bin ich dabei niedersachsen für europa ja ja ja